Moin, ich wurde letztens von Fred in den Kommentaren gefragt, ob ich doch mal ein Video machen könnte, in dem ich so ein bisschen auf die Agenten eingehen kann, wie zum Beispiel welche man pickt und welche nie fehlen dürfen. Und joa, das mach ich jetzt auch. Übrigens, falls ihr Ideen für neue Videos habt oder generell Fragen zum Game habt, dann schreibt sie einfach unten in die Kommentare. So, ich würde jetzt erstmal sagen, wir gucken uns an, wie ein gutes Team aufgebaut ist. Jedoch ist das nur eine Art Konstrukt, welches man natürlich nach Belieben verändern kann. Wenn man zum Beispiel aggressiver oder passiver spielen will, aber ich finde mit dem Konstrukt, was ich euch gleich vorstelle, kann man wenig falsch machen und ist eigentlich immer good to go. Also, wie ist denn jetzt ein gutes Team aufgebaut? Für ein gutes Team sollten alle Rollen abgedeckt sein. Das heißt, man braucht jemanden mit Flashes, wie zum Beispiel ein Phoenix, dann noch jemand, der gut Fracks machen kann, wie zum Beispiel eine Raze, noch einen, der Smoken kann, wie zum Beispiel ein Brimstone, irgendwer, der Intel geben kann, wie zum Beispiel ein Sova und noch irgendwie Killjoy oder Cypher, die ziemlich einfach eine Sight halten können oder Flanks abdecken können. Diese Agenten kann man natürlich nach Belieben mit anderen Agenten auswechseln, die dieselbe Rolle auch erfüllen, wie zum Beispiel anstatt einem Phoenix einen Breach für die Flashes oder man kann für Sova zum Beispiel auch Cypher nehmen und damit der Cam Intel holen. Wichtig ist aber einfach, dass jede Rolle vertreten ist, da wenn ihr zum Beispiel ein Phoenix fehlt, der gut flashen kann, wird man wahrscheinlich ziemlich hart von Operatoren weggeballert werden und so wird man mit jeder fehlenden Rolle andere Probleme bekommen. Nachdem ich das jetzt kurz erläutert habe, würde ich ganz gerne einfach mal aufzeigen, welche meiner Meinung nach gute Agenten für einzelne Maps sind. Das bedeutet nicht, dass diese ein Must-Pick sind, aber es bietet, finde ich, nochmal einen guten Überblick, welche Agenten man einfach nehmen kann und auf welcher Map man sich spielen kann. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit meiner Lieblings-Map Bind an. Als Smoker auf der Map mag ich persönlich Brimstone sehr gerne, da in der Lage ist, seine Smoke schnell zu legen und ich finde, auf Bind executet man eine Zeit sehr schnell und da ist es einfach nützlich, die Smoke sehr schnell platzieren zu können. Außerdem kann man Brimstone zu Ult sehr gut auf Bind benutzen, wobei man meistens einen ziemlichen Free-Kill in Jorholz bekommt, wenn man da einfach reinultet. Aber auch auf anderen Orten ist Brimstone zu Ult auf der Map ziemlich, ziemlich, ziemlich leicht. Gerne. Als nächstes würde ich Sova nehmen. Generell würde ich sagen, dass mit einem Sova-Pick fast immer good to go ist, da Sova so gut intel geben kann wie meiner Meinung nach kein anderer Agent. Außerdem ist er ziemlich gut in Afterplan-Situationen und kann wie schon gesagt einfach sehr gut intel geben und komplette Areas clearen. So, als nächstes der Agenten würde ich Cypher nehmen und ich muss sagen, dass ich Killjoy fast genauso gut auf der Map finde und es einfach darauf ankommt, welchen Agenten man präferiert. Aber ich finde, was ein ziemlich großer Vorteil ist, den Cypher auf Bind gegenüber Killjoy hat, ist, dass er eine Cam besitzt, die er auf B lassen kann und durch das Rotieren auf Bind durch den Teleporter kann sie erstens ziemlich gut intel bieten und zweitens kann sie in Afterplan-Szenarien auch ziemlich gut sein und dort auch ziemlich gut intel liefern. Als nächstes finde ich, dass Phoenix sehr stark auf der Map ist, da ich finde, dass seine Flashes durch die ganzen Winkel ziemlich gut zum Einsatz kommen und dass man auf B-Long ziemlich gut gegenpressern kann mit ihm. Aber auch Breach finde ich einen ziemlich guten Pick-off-Bind, da dieser auch sehr viele Möglichkeiten für gute Flashes hat und auch sehr viele gute Ultis auf der Map raushauen kann. Das Problem ist aber, ich bin ein Phoenix-Main und da wäre es jetzt irgendwie ein bisschen verraten, wenn ich ihn nicht nehmen würde und ja, das wäre irgendwie ein ziemlich gemein gegenüber ihm. Aber hier zeigt sich nochmal das, was ich vorhin angesprochen habe. Es geht auch viel einfach darum, welche Agenten man selber bevorzugt und mit welchen man sich confident fühlt. Es kommt einfach nur darauf an, dass alle Rollen besetzt sind und selbst das muss nicht immer der Fall sein. Als letzten Agenten finde ich Rays auf Bind sehr 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 stark, da man einerseits ihren Roboter sehr gut einsetzen kann, um Info zu bekommen, was eigentlich immer gut ist und man kann sich auch an vielen Stellen gut reinjeeten und dadurch gut entryen. Außerdem gibt es auch viele kleine und enge Räume auf Bind, wo die Granate sehr gut reinscheppert. Auch ist ihre Nate im Angriff sehr stark, wenn man zum Beispiel B-Side angreift und man eine Nate Backside wirft, da sich meistens dort eine Person befindet und nicht wirklich gut Backside weglaufen kann, da man dann ziemlich offen ist und dadurch bekommt man meistens sehr viel Control über die Side. Wenn wir uns Essend anschauen, muss ich sagen, dass ich Omen auf der Map ziemlich gut finde, weil sich auf Essend viel um Mid Control dreht und er einfach in der Lage ist, wichtige Punkte alle 35 Sekunden zu smoken. Daher finde ich Omen auf der Map besser als Brimstone, auch nach Brims Buff. Außerdem kann man Omens Paranoia auch noch sehr gut auf Essend benutzen, weil gefühlt die Map perfekt für seine Flash aufgebaut ist. Als nächsten Pick mag ich Sova sehr gerne auf Essend und ihr werdet merken, ich mag ihn auf gefühlt jeder Map sehr gerne. Aber auf Essend kommt, finde ich, seine Fähigkeit nochmal richtig gut zum Vorschein, da auf Essend gefühlt jede Wand absolut dünn und bangable ist und man dadurch ziemlich easy Wallbang Kills bekommt. So, welchen Agenten ich auch absolut strong auf Essend finde, ist Jed, weil Essend ist eine Map, auf der es viele weite Entfernungen gibt und das immer gut, einen Agenten zu haben, der stark mit einer Operator ist. Außerdem ist Jed's Dash wirklich fucking stark auf der Map. Plus es gibt viele Spots, bei denen man mit Jeds Ulti plus ihrem Hochsprung ziemlich gute Kills bekommt. Dann als Flasher muss ich persönlich sagen, ist Breach fucking strong auf Essend, denn es gibt so viele Spots, bei denen er mit seiner Flash, ja, ich würde sagen ziemlich gut reinbibbeln kann. Aber auch seine Ulti ist wirklich stark auf der Map, da Essend ziemlich eng an vielen Stellen aufgebaut ist und dadurch die Ulti viele Spots auf einmal clearen kann. Und generell sind seine Fähigkeiten auf der Map auch ziemlich stark, um Corner zu clearen. Auch ist die Kombination zwischen Breach-Fähigkeiten und Jed's Dash wirklich stark, da man so auf vielen Positionen auf der Map gut gegenpressuren kann. Als Sentinel würde ich auf der Map Killjoy empfehlen, alleine weil ihre Ulti auf beiden Sites fucking stark ist und einfach die kompletten Bombsets clearen kann. Außerdem ist sie in der Defense auch ziemlich stark, da ich finde, dass es nicht wirklich so viele gute Cypher-Trailte auf Essend gibt und dadurch einfach die Killjoy-Utility viel stärker wird. Und ich finde generell hat sie einfach viel mehr Möglichkeiten als Cypher auf der Map. Kommen wir nun zu Split. Auf Split muss ich sagen, bin ich ein großer Fan von Brim, da seine Smokes so ewig halten und die Gegner sehr gut davon abhalten, gut und schnell zu pushen. Außerdem ist seine Ulti auch fucking stark auf der Map, plus mit dem neuen Brim-Buff kann er bei Rush auf zum Beispiel A gefühlt alles sehr schnell smoken und die Smokes halten wie ich schon gesagt so ewig. Also meiner Meinung nach kann man mit einem Brim-Pick auf der Map wenig falsch machen. Den nächsten Agenten, den ich auf Split ziemlich nice finde, wäre Raze. Denn Split ist eine sehr enge Map, die Raze die Möglichkeit gibt, die Gegner sehr gut mit ihrer Utility, also zum Beispiel ihre Granate, auseinanderzunehmen. Außerdem gibt es sehr viele gute Satchel-Boosts, mit denen man sehr viel Impact haben kann. Denn man liet die dann einfach rein und bekommt wichtige Entries fürs Team. Außerdem ist Cypher ziemlich beliebt auf Split und man muss dazu sagen, dass Raze Cypher echt gut auseinandernehmen kann, indem sie einfach die Cypher-Gadgets zerstört. Und wenn wir schon bei Cypher sind, können wir auch bei ihm bleiben. Weil wie schon gesagt, finde ich Cypher auf der Map auch fucking stark. Es gibt so viele geile Cypher-Holes und insane Drähte auf der Map. Außerdem finde ich, dass eine Cam auch fucking stark auf Split ist und wirklich viel Intel geben kann. Und daher finde ich, wenn man zum Beispiel Cypher und Raze spielt, dass man so viel Intel hat, durch den Roboter und die Cam, dass man Server gar nicht mal mehr benötigt. Das heißt, man könnte noch eine Sage nehmen, mit der man gut Mitte halten kann. Alleine ihre Wand-Mitte ist sehr häufig ein großes Hindernis für Gegner. Außerdem ist ihr Eis-Orb auf so engen Gängen wie bei Split auch noch richtig stark, plus ihre Heilfähigkeit ist immer gut zu gebrauchen. Als Flasher finde ich mal wieder Breed wirklich stark. Es gibt viele Orte, an denen seine Flasher wirklich stark sind, aber auch seine anderen Fähigkeiten scheppern ordentlich gut rein. Ich habe euch jetzt drei mögliche Teams vorgestellt, die meiner Meinung nach sehr stark auf einzelnen Maps sind. Trotzdem gibt es noch ganz viele andere starke und verschiedene Teambuilds, aber ich wollte euch einfach mal ein paar Beispiele zeigen, wie man sich so ein Team zusammenbaut und was zum Beispiel Stärken von einzelnen Agenten sind und was Schwächen sind. Aber das war jetzt auch schon das ganze Video. Mit dem Wissen könnt ihr ja jetzt euch selber eigentlich ein gutes Team zusammenbauen. Wenn ihr noch irgendwie gute Ideen habt für ein weiteres Team, dann könnt ihr sie auch gerne in die Kommentare schreiben, welche Agenten ihr gerne spielt, wie die ganzen Teamkombinationen bei euch so aussehen und ja, das war es jetzt erstmal. Tschüss, tschüss. Tschüss.